2021 läutet Löwen Entertainment eine neue Ära für den elektronischen Dartsport ein. Mit dem Löwen-Dartgerät HB10. Neue Trainings- und Spielmodi, ein 12,1 Zoll Touchpad für eine intuitive Steuerung und ein hochauflösender 23,8 Zoll Monitor zur Anzeige von Spielergebnissen und Animationen machen den HB10 zu einem absoluten Top-Produkt für Dartfans. Die neue LED-Lichtleiste leuchtet jeden Winkel des Targets optimal aus. Zwei moderne Designvarianten werten das Gehäuse zusätzlich auf. Beide mit einem klaren Wiedererkennungseffekt bisheriger Erfolgsmodelle. Weitere technische Highlights sind unter anderem das bewährte Treffer-Erkennungssystem, der Hochleistungsprozessor sowie der integrierte Banknotenprüfer. Noch mehr Entertainment verspricht zudem künftig die Löwen-Dart-App. Mit Funktionen rund um die eDart-Community und individuellen Features wie der Darstellung von Spielstatistiken und Trainingserfolgen sorgt das Zusammenspiel aus App und HB10 für ein einzigartiges Spielerlebnis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020